Ach, warte, 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 nee, das war ein anderer Raum, okay. Wie komm ich denn da ran? Aha! So! Oder? Oder? Nee? Doch, vielleicht. Das ist nicht. Ist zu. Da ist ein Atem- Oh Gott. Ja Gott, nochmal. Da liegt ein Typ. Was machst denn du hier oben? Ja, ich Beutel und ein Hinwe- Was? Geh doch weg hier. Hinweiß Geheimversteck. Ein Hinweiß Geheimversteck am nördlichen Ende der Kalvinbrücke bekommen. Noch so ein verrückter Vogel, der seinen ganzen Reichtum in ein gehemmes Zimmer. Aha. Mir wurde gesagt, dass man den Wasserhahn eines alten Waschbeckens dreimal drehen muss, damit sich eine Art Geheimte öffnet. Ich weiß nicht, wie viel das Zeug in dem Zimmer wert ist. Ich habe nur gehört, dass ein Lautsprecher direkt vor der Tür über der Straße hängt. Tut mir leid, mein Freund. Vergiss nicht meinen Anteil, wenn du fündig wirst. Alles klar. Über der Tür Lautsprecher auf der Straße zu sehen. Dreimal Waschbecken. Aber vorher würde ich dann doch noch ganz gerne das Zeug... Ah. Dankeschön. Appetit. Appetit. Nahrung bringt dir etwas mehr gesungen. Ja. 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 Das ist ganz nett. Ne. Verbust. Na. Na komm. So. Können wir das hier aufmachen. Aber hier liegt doch sonst noch so viel Zeug rum, oder? Hier die Leiche. Und da unten liegt es. Ja, zwei Goldstücke. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Soll ich ein 1000%-Run werden. Ah. Verdammt. Auch egal. So. Straße. Lodge. Was ist das? Was ist... Ach. Hier kann ich aufmachen, ja? Wir machen das jetzt, weil wir mit euch raten. So. Geht das? Ne. 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 Aus. Aus. Böse. Au. Ihr dämlichen Mistfiecher. Ja, verbisst euch. Oh. Cis. Oh. Dankeschön. Sagen wir hier. Oh, das sind noch mehr Ratten. Tun sich die jetzt zack. Dämlichen. Ja. So. Und was gibt's hier? Außer absolut gar nichts. Das war für die Hunde. Ich kann ihn immer wieder hoch. Okay, dann halt nicht. Aber. Ich muss jetzt... Was ist das? Ist das ein Hebel? Ne. 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 Ach, da muss ich hier rein. Oh, da will ich nicht rein. Weil ich da rein muss. Ja. Äh, da unten stehen Wachmänner, oder? Ne. Ah. Ne. Lautsprecher auf der Straße. Ich muss das Haus noch finden. Hier raus, irgendwo. Wieder ganz zum Anfang begeben. Oh. Hallo? Ach, das ist der Typ da. Okay. Ne, ne. Ist nichts. What? Wie komme ich denn da? Ach, so? Ich ziehe den Weg. Ne. Hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Na, halt nicht. Nochmal ganz kurz hier. Missionshinweis. Missionshinweis. Nördlich... Ach so. In einer Bewohner am nördlichen Ende der Brücke gibt es ein Geheimzimmer. Wenn man den Wasser an dreimal... Okay. ... oder was? Bin ich schon am nördlichen Ende? Erdgeschoss ist am Anfang. Ja, am Anfang des nördlichen. Hm. Äh, was ist denn da hinten? Ich bin doch gerade über die Brücke. Das heißt, eigentlich müsste ich hier sein. Oh. Was geht da drüben vor dir? Gar nichts. So. Jetzt... Äh, das steht... Ah, das muss doch irgendwo Notiz da. Hinweisgeheimversteck. Higgins. Blablabla. Wurde mir wurde gesagt. Ja. Ich weiß nicht, dass... Ich habe nur gehört, dass ein Lautsprecher direkt vor der Tür über der Straße hängt. Direkt vor der Tür über der Straße. Ein Lautsprecher. Bist du ein Lautsprecher? Nee. Was ist das? Käfig? So, nee. Das ist eine Lampe. Das hier geht sicher nicht auf. Hier ist doch gar nichts. So paranoider. Da steht jemand. Das sind Gefangene. Diese halbe Stadt ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Das hört sich aber ungut an für euch. Ach komm. Hier hoch. Dankeschön. Hier ist aber kein Lautsprecher. Hier ist nirgendwo ein Lautsprecher. Ich sehe keine Lautsprecher. Oder was sehe ich? Ihn einfach nur. Komm, ich gehe mal hier. Bin ich hier rüber? Ja. Sehr schön. Möchte ich gerne hier rauf? Da will ich nicht rein. Ich gehe mal hier rein. Mal gucken. Vielleicht. Wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Vielleicht habe ich ja Glück. Alle anderen werden von der solchen bekannt. Ei, ei, ei. Tresor. Oh, mein. Woher soll ich jetzt die... Hier lässt sich nichts drüber finden, ey. Was ist, wenn ich die Leute hier frei leise? Er ist kalt. Hihi. Hast du was für mich? Ne. Was haben die jetzt vor? Vielleicht haben die eine Notiz oder so. Das wäre jetzt meine Vermutung. Dass die vielleicht... Einer von denen hier so eine... Notiz für den Tresor-Code dabei hat. Ihr auch. Dankeschön. So, und jetzt verpisst euch wieder, Leute. Ihr habt sie getötet. Ich bin stolz auf euch. Und jetzt könnt ihr wieder abziehen. Danke. Die wollen auch nicht gehen, ne? Habe ich hier irgendwie was zu werfen? Ne, auch nicht. Flasche oder irgend sowas? Ne. Gar nichts. Ist ja doof. Jetzt noch weiter hoch. Ach. Okay, alles klar. Sind sie jetzt weg oder sind sie immer noch da? Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Die stehen immer noch da, Leute. Ach, das sieht ja schmerzhaft. Oder war das nur da, damit die abgelenkt werden? Das kann natürlich auch einfach sein. Ich brauche hier aber immer noch den Schlüssel, äh, den Code für den Tresor. Ich brauche hier. Ich muss das komische ausfinden. Was, hä? Es gibt doch mal Ruhe hier. Es ist kein Hinweis darauf. Hier wartet. Achso. Hier vielleicht. Nee. Mode. Hier ist noch ein dritter. Nee. Was ist das hier? Hier wählen könntest. Aha. Ah, da oben ist noch ein echter Tresor. Den will ich. Ich hab dich gehört. Ups. Hey. Passt schon. Alles okay. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ich weiß, dass du hier bist. Ist das ärgerlich. Wo ist? Haus mit Lautsprecher. Ein Haus mit Lautsprecher. Wenn ich ganz auf die gute alte Methode mache. Und einfach jedes Haus durchsuche. Da muss ich rein. Da will ich nicht rein. Ja, das ist heiß. Warte, äh... Walöltankbehälter dingens. Ratten. Was haben wir hier? Nichts. Und da ist das hier die Brücke. Rüber kann ich ja nicht, ne? Nee. Nee. Was? Nee, kann, nee. Kannst du nicht. Das gibt's doch nicht hier. Kann ich nicht. Wenn ich wenigstens... Wenn ich wenigstens... ...wüsste... ...wo ich bin. Oh, verdammt. Ach, Gott. Kaldwindbrücke. Ja, nördlicher Bridgeway. Oder warte. Muss ich das jetzt alles grad noch einmal hier, oder wie? Jetzt im Ernst? Schnellladen? Auf Schnellladen bin ich sogar noch weiter hinten, Natal. Habe ich gut gemacht. Super. Dann nochmal im Schnelldurchlauf hier. Das Nötigste. Aber hier geht es nicht weiter. Sensor Steve. Er muss doch auch irgendwo hin. Ach, der Tresor, ne? Oder ist es halt wirklich dieses Haus? Weil da weiß ich, ich komme ja da drüber, ne? Ist hier ein Wasserhahn oder so? Da ist es. Eins. Zwei. Drei. Ha! Es ist... Oh, Ratten. Hallo. Dämlichen Rattenviecher. So. Haben wir das Rätsel auch gelöst. Jippie. Das ist toll. So, dann wollte ich da hoch. Beziehungsweise erstmal da rein. Wehe, war noch ein Knochen-Artefakt, das ich haben wollte. Na? Glaube ich. Ne. Andere Seite. Äh, da rüber. Notiz nehmen, habe ich schon gefunden. Dankeschön. Habe ich doch schon gefunden. Dann hier rein. Hier rein, habe ich gesagt. Danke. Artefakt. Das war... Was für ein Artefakt war denn das? Das war das mit dem... Ja, gesunder Appetit. Da nehme ich dann... Was habe ich rausgenommen? Robust. Ja, robust habe ich rausgenommen und gesunder Appetit rein. So, und die Leute habe ich dann echt... Eigentlich ist es ja... Nein, 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 es ist nicht nachgedacht.